Viele haben in diesen Wochen Urlaub und können die Zeit genießen. Sie kommen raus aus dem Alltag, können zur Ruhe kommen und neue Kräfte auftanken, vieles miteinander gemeinsam machen. Deswegen möchte ich all denen, die jetzt Urlaub machen können, einen Reise-Segen zusprechen. Segne, behüte und beschütze euch auf all euren Wegen, bei all euren Unternehmungen, im Zusammensein, bei all euren Reisen, zu Wasser, in der Luft, mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder wo immer ihr auch unterwegs seid. Es segne, behüte und beschütze euch alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in Frieden.